Fritz Soundgarden am Abend Herzlich Willkommen, ich bin Paul Fendück 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 Duty Free Records Eigentlich sind sie bekannt für ein bisschen brutzligeren Sound Aber mit dieser Platte haben sie sich wieder zurückgespielt in die Liga der schönen Platten Mit Ton und Pearl, so heißt der Song Schnucklisch Hey, what's up, this is Limp Bizky Hi, this is No Doubt This is Red Hot Chili Peppers This is Little King This is Queens of Stone Age Hi, this is Placebo Hello, we are we are going to be a games Dave Hy PETR波 and a member We are 2 Hex And in the radio Bis zum nächsten Mal. 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 Und drop. Bis zum nächsten Mal. 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 Seaечka. Aus dem Album Confusion nächste Woche horchen wir da noch ein bisschen genauer rein. Noch zwei, drei Titel mehr, die ich euch vorstellen möchte, damit ihr wisst, was der so macht. Das, was jetzt kommt, heißt PLX, der Songmodifier und Seven Cents, so heißt das Label. Bis zum nächsten Mal. 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 Ansonsten, wenn ich hier so raufgucke, nächste Woche ist noch eine ganze Menge andere Zeugs am Start. Und wenn ich hier mal gucke, da ist eine Sommersafari-Veranstaltung, die in der nächsten Woche erst stattfindet. So natürlich auch von uns erst in der nächsten Woche tatsächlich richtig erwähnt wird. Da gibt es dann auch was zu verlosen. Schon mal versprochen. Und natürlich Marco V. nicht zu vergessen. Ein fantastisches Album, Confusion heißt es. Aber noch haben wir ein bisschen. Nassimiento-Eyes ist on. Close your eyes. Auf Wiedersehen. 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 Das war's. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018